Willkommen bei der HostEurope Video FAQ. Hier möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie E-Mail-Adressen und E-Mail-Konten einrichten. Loggen Sie sich zuerst mit Ihrer Kundennummer und dem dazugehörigen Passwort in Ihrem KIS ein. Klicken Sie auf das Bild Web Hosting. Anschließend klicken Sie rechts auf den Button Konfigurieren. Folgen Sie dem Pfad E-Mail, E-Mail-Konten verwalten. Legen Sie nun in dem hervorgehobenen Bereich ein E-Mail-Konto an. Tippen Sie dazu einen beliebigen Namen ein. Hier vergeben Sie ein Passwort. Außerdem können Sie den Viren- und Spam-Schutz aktivieren. Sofern Sie bereits eine Domain in Ihrem Account verwalten, können Sie jetzt eine E-Mail-Adresse einrichten. Klicken Sie dazu auf den Button Hinzufügen. Die E-Mail-Adresse wurde Ihrem E-Mail-Konto hinzugefügt. Bitte beachten Sie, dass es bis zu 15 Minuten dauern kann, bis die Änderungen in unserem System aktiv sind. Jetzt möchten wir Ihnen noch zeigen, wie Sie weitere E-Mail-Adressen im KIS anlegen. Klicken Sie auf das Bild Web-Posting. Anschließend klicken Sie rechts auf den Button Konfigurieren. Folgen Sie dem Pfad E-Mail, E-Mail-Adressen verwalten. Tragen Sie hier nun bitte in dem leeren Textfeld eine E-Mail-Adresse ein. Damit die E-Mails zugeordnet werden können, muss ein E-Mail-Konto ausgewählt werden. Einfache Weiterleitungen, zum Beispiel an eine private E-Mail-Adresse, sind über das Feld Weiterleitungen möglich. Die neue E-Mail-Adresse wird durch einen Klick auf den Button Hinzufügen angelegt. HostEurope wünscht Ihnen viel Erfolg.